Hallo, willkommen zurück zum Hochzeits-Einmal-Eins mit der lieben Iris Reinhard-Hassenzahn, meiner liebsten Traurrednerin. Und heute wollten wir über den Ablauf der Vorbereitungen sprechen bei einer freien Traurung. Was machst du, was musst du vorbereiten, wie laufen die Gespräche mit den Brautpaaren ab und so weiter? Also zuallererst gibt es eine erste Verbindung zueinander, also meistens werde ich irgendwie angefragt über meine Homepage oder so oder tatsächlich auch über die sozialen Netzwerke immer mehr. Und dann mache ich ganz schnell ein Kennenlerngespräch aus. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich bei Paaren, die sehr weit entfernt wohnen, auch Kennenlerngespräche über Skype oder per Telefon mache. Am liebsten aber natürlich live. Meistens trifft man sich in einem Café und quatscht einfach ganz unverbindlich und schaut, ob man gut zueinander passt, ob das in Ordnung ist. Und dann gebe ich den Paaren nochmal Bedenkzeit und sage, ihr müsst euch nicht stressen, der Termin ist erstmal für euch geblockt. Wie lang? Das ist unterschiedlich. Also ich sage so, eine Woche ist der Termin auf jeden Fall geblockt. Und sobald ich eine andere Anfrage für diesen Termin bekomme, setze ich mich mit dem Paar nochmal in Verbindung und sage, ich habe jetzt eine andere Anfrage. Wie schaut es aus? Wie schaut es aus? Aber die meisten Paare sagen innerhalb der nächsten zwei Tage zu oder ab. Meistens tatsächlich zu. Also ich glaube, wenn man schon so weit ist, dass man sich wirklich privat getroffen hat, dann passt es meistens schon. Weil du siehst ja ganz viel von dem anderen schon in den sozialen Netzwerken und so. Du merkst schon. Oder am Telefon auch, wenn man sich verabredet oder so das erste erklärt, dann du merkst schon, funktioniert das oder nicht. Also es gibt, wenn man sich getroffen hat, ganz wenige Absagen. Dann, wenn das Paar sich für mich entschieden hat, dann gibt es einen Vertrag. Ich mache alles mit Vertrag, einfach damit jeder abgesichert ist, beide Seiten abgesichert sind. In dem Vertrag ist eigentlich alles drin, was man vorher schon besprochen hat. Der ist ganz leicht verständlich und so nicht. Paragraf irgendwas oder keine Ahnung. 20 Seiten. Genau, 20 Seiten lang. Und wenn der Vertrag unterschrieben zurückgekommen ist, dann gibt es diesen Fragebogen, den ich an beide, also an den Kräutigam und an die Braut schicke und die sie bitte separat ausfüllen. Das ist zum einen gut, damit ich den ersten Einblick in die Beziehung habe. Das sind so fünf, sechs, sieben Fragen und zum anderen ziehe ich da eben diese kleinen Sachen raus, die ich dann vielleicht als Überraschung für den anderen noch in die Rede einbauen kann. Es gibt meistens, also es gibt eigentlich immer ein Willkommenspäckchen von mir. Also ich bastel dann auch was und so. Sie sagen nicht was, das soll eine Überraschung sein. Manchmal, meistens bin ich, weil es tatsächlich alles irgendwie so gebastelt ist und selbst, also nicht alles gebastelt ist, aber alles selbstbeschriftet und so und dann muss man das irgendwie einpacken. Meistens bin ich mit diesen Päckchen weit im Verzug, aber irgendwann kommen sie immer an. Vor der Hochzeit kommen sie auf jeden Fall immer an. Und dann gibt es, also ich bin immer mit den Paaren in Verbindung, also per WhatsApp und SMS und Telefon und E-Mail und alles. Also ich sag das auch vorher immer, dass es für mich wichtig ist, dass meine Paare wissen, dass da jemand ist. Also es gibt Traumredner, die sagen, alles klar, ich mach hier, Treffen oder Vertrag, Treffen, Hochzeit, Tschüss. Und dann denk ich mir so, nein, ich kreiere diesen Tag mit, das ist der wichtigste Tag im Leben und das muss nicht angenommen werden. Also wenn die Paare das nicht möchten, dann ist das in Ordnung, aber die meisten nehmen das sehr gern an. Und es ist einfach so, da ist noch jemand, wenn nur die Frage im Raum steht, passt das Kleid zu den Schuhen? Ich mach das genauso, ich denk eigentlich alle. Ja, und so, guck mal, ich hab mein Kleid gefunden und dann kribbelt es schon im Bauch. Und ich denk so, ah, schön und toll und so, oder soll an das Kleid noch das oder das mit dran sein? Und dann sag ich, ah, also ich finde, das ist so schön, das gibt mir auch ganz viel. Ich mach das auch. Also ich bin immer in Verbindung mit denen und immer wenn Fragen da sind oder ich hab auch schon mit einem Paar nach einer Location gesucht, dann setze ich mich auch ans Internet und guck und suche oder andere Dienstleister, der könnte da passen oder so. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Und dann gibt es bei mir die Möglichkeit, entweder zwei separate Traugespräche zu haben oder ein Intensivgespräch. Meistens ist es ein Intensivgespräch, weil die Leute sich dann nur einmal Urlaub nehmen müssen. Oder auch nur einmal die Anfahrt haben. Ich hab viele Leute von weiter weg und da ist es einfach ganz praktisch, wirklich einmal ein wirklich langes Gespräch zu haben, statt zweimal umgeteilt. Das ist aber, da bin ich offen. Da bin ich echt offen. Das betrifft sich dann meistens bei denen dagegen. Ja, ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich für dieses Gespräch zu den Paaren reise. Das gibt es auch. Das muss man dann nochmal absprechen, wie man das dann löst am besten. Aber das geht auch. Also ich sage nicht, ihr müsst immer zu mir kommen. Ich kann auch zu euch kommen und dann muss man gucken, wie man das macht. Okay. Und ja, nach diesen beiden Traugesprächen oder diesem einen Intensivgespräch setze ich mich an die Rede. Das dauert bis eine Rede wirklich perfekt ist, bis ich auch damit zufrieden bin. Das dauert wirklich seine Zeit. Und wenn die Paare das möchten, ich biete das immer an, dass ich Verwandte und Bekannte und Freunde anschreibe per E-Mail nochmal die wichtigsten Leute und die nochmal Frage, noch ein paar Fragen stelle und Glückwünsche und so, die ich dann auch mit in die Rede einbaue. Das wird eigentlich auch ganz gern angenommen, dass ich nochmal so einen Blick von außen habe. Da frage ich meistens, wie nehmt ihr diese Beziehung wahr und was wünscht ihr dem Paar für die Ehe oder welche Tipps gebt ihr? Und da kann man nochmal ganz schöne Sachen herausarbeiten für die Rede. Und am Tag der Trauung bin ich zwei Stunden vorher da und baue meine Technik auf. Die bringe ich auch selbst mit, also gibt es auch verschiedene Optionen. Manche Trauredner haben keine eigene Technik. Ich habe eigene Technik, die bringe ich mit. Baue die auf, bespreche alles mit den anderen Dienstleistern, mit den Musikern. Also alles wird geplant und wenn die Oma tatsächlich auch noch ein Gedichtchen vortragen will oder so, dann wird sie auch noch mit reingefriebelt und dann wird auch die Oma drauf vorbereitet, wann sie das machen kann und so. Und dann ist die Trauung und danach bleibt man meistens noch so beim Sektempfang und bei den Fotos dabei und bei den Glückwünschen und dann langsam geht es wieder nach Hause. Okay. Ja. Was steht eigentlich bei dir in den AGBs drin? Zum Beispiel wenn du krank sein solltest, was machst du dann? Also bei mir hat jedes Paar einen Ordner, wo wirklich alles drin steht. Also da steht die Rede komplett drin. Da steht drin, auf was ich achten muss, was auf jeden Fall in der Rede drin sein muss oder was unter uns bleibt. Und was weiß ich, Oma A darf nicht neben Tante Erna sitzen, weil dann gibt es Stress. Und also alles, was man irgendwie wissen muss, ist in diesem Ordner. Und ich kann, wenn ich jetzt wirklich schwer krank bin, kann ich diesen Ordner einer Kollegin, einem Kollegen, einem Kollegen weiterreichen, der dann diese Trauung genauso, wie sie abgesprochen ist, halten kann. Damit die Trauung genauso stattfindet, wie sie geplant ist, nur dann eben ohne mich. Aber dazu muss ich sagen, dass ich ja aus dem Theaterbereich komme und im Theater gibt es keinen krank. Weil wenn du im Theater krank bist, dann so ein ausgefallenes Theaterstück kann dann gern mal 15.000, 20.000 Euro Schaden mit sich bringen. Und deswegen geht man auch auf die Bühne mit gebrochenem Bein und ohne Stimme und wenn was ganz Schlimmes passiert ist privat. Also da gibt es keinen krank. Ich glaube, das kommt mir zugute. Ich glaube, das kommt mir auch für die Trauungen zugute, dass ich nicht krank sein werde einfach. Aber wenn, dann geht es an eine Lösung. Okay, finde ich aber gut. Das ist echt super, super gewiss. Also bei mir kam es, ich habe noch nie irgendwie eine Hochzeit ausfallen lassen müssen oder so. Ich hätte dann auch natürlich mein Netzwerk und... Natürlich, man hat ja seine Leute. Genau, aber auch nicht. Also für eine Hochzeit bin ich immer bis gut genug. Ja, man weiß halt auch, wo die Prioritäten sind, oder? Mhm. Ah. Ja. Das klingt auf jeden Fall echt super. Ja. Ich danke dir vielmals. Ja, gerne. Ich hoffe es war für euch informativ. Und falls ihr noch Fragen zum Ablauf habt, ihr könnt uns gerne schreiben. Ich glaube, Iris beantwortet sie jederzeit noch gerne. Alle Fragen. Genau. Und wenn ihr noch auf der Suche seid, ihr wisst ja, ihr könnt uns anschreiben. Ähm. Und ihr es auch gerne buchen. Und wir freuen uns schon. Aufs nächste Mal. Bis bald und bis bald. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.